Also ich kann nur sagen, warum man IVP machen sollte, ist, weil man die Ziele, was man sich setzt, hier in der IVP hundertprozentig erreichen kann, denn man hat Führungskräfte, die hinein dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen. IVP ist eine Firma wie eine Familie, die für dich da ist, die alles bietet. Du hast kein finanzielles Risiko, alles wird für dich gemacht. Also ich kann nur sagen, macht zu IVP und ich werde dir ihre Ziele hundertprozentig erreichen. Tituliert von Hartmann